Hey, du hast einen Mako-Stoon mit dir alle, kannst du? Oh ja, wenn du willst, kannst du bleiben und sehen. Hast du es schon? Wir haben das einmal gesehen. So, und jetzt haben wir noch ein paar, das heißt, ich kann noch ein paar abgeben, ne? Du 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 du. Oh, Gravitas ist ziemlich cool. Sooo, war jetzt so gut. Irgendwas ist da ja immer noch. Okay. Okay. Was für Schwarzkunst? Was für Schwarzkunst? Achso, ich dachte für das Ding brauche ich halt irgendwelche Sachen noch. Okay, okay. Hier wollte ich doch eigentlich Sprung dann reinpacken. Und hier können wir auch mal irgendwas anderes nehmen. Oder auch nicht, weil es irgendwie nicht viel anderes gibt. Hm. Jetzt, dann bleiben wir dabei. Ey, ich verliere einfach 500 HP, wenn ich das ablege. Ich dreh durch. Sooo, das Feuerer möchte ich zumindest mitnehmen. Und den Rest leveln wir grad nochmal auf, damit ich da auch irgendwie geilen Kram bekomme. Okay, warte mal kurz. Das ist jetzt Kapitel 5, ne? Ah, kurz mal mit der Tante hier reden. Nichts wie her damit. Okay. So, warte kurz. Einstellung. Laden. Genau, das ist Kapitel 5. Wir müssen wieder noch ein Kapitel spielen, dann haben wir erst Zugriff auf quasi alle Missionen, die wichtig sind. Das heißt, wir können erstmal weitermachen. Ein bisschen Story hat ja noch niemandem geschadet. Aber vielleicht kann ich auch hier direkt schon mal die ganzen Sachen mitnehmen, die noch so im Orang schleuchten sind. Ich mag's, wie er so shady hinter der Lampe steht. Lass mich ihn laufen. Oder nicht? Ich... Ich... Ich hab leider nicht hing... Ich hab leider nicht aufgepasst. Ich dachte, er gibt mir jetzt nur eine Mission. Haha. Ich hab grad einfach nicht noch um Gewinnspiele für den 100 Stunden Stream gekümmert nebenher. Freaky sagt ja. Also lassen wir ihn laufen. Ich hab ja heute auf Instagram, ähm, so ne, so ne gedingsten Untersetzer gepostet. So ne gebrandeten. Und so kleine Schlüsselanhänger und sowas. Und... Ähm... Das hat von einer Freundin von mir und die hat mich grad angeschrieben und meinte, Hey, das war so cool, da freu ich mich so sehr drüber. Möchtest du nicht auch für einen 100 Stunden Stream, äh, welche haben? Und wir machen grad aus, äh, was, was da genau jetzt verlost wird. Okay, wir lassen ihn laufen. Danke. Ich hab wirklich dir einen. Also, was ist dein Problem? Heh. Wer ich bin, ist nicht wichtig. Ich bin nur ein Journalist. Ich versuche, die dunkle Wahrheiten über die Shinra-Kompany. Unsere Reiter sind immer die Wahrheit. Meine Mission in der Leben ist, sie für sie finden. Kannst du mir deine Kontaktinformation geben? Das ist kein Dank. Aber ich sende meine Artikel zu dir. Freie von Arbeit. Make sure you don't get Shinra 2 riled up, okay? Thank you for the warning. Whack. Okay, den ersten haben wir schon mal. Dann die Treppe hoch. Those monsters? I dealt with them for you. Some weapons, they were. Just plain monsters. Piece of cake. Maybe I'm wasting my breath talking to a Shinra person. But know this. The planet is in great peril. Are you one of those avalanche people? Hahaha. Don't let me in with those morons. They speak of justice for the planet. But their method is bloodshed. In the end, they're no different from the Shinra company at their core. Hey man. You keep railing on everyone. But you know I'm... Soldier. The true protectors of the world. Is that it? I don't know who or why you're fighting, soldier man. But this planet is ailing. And no one seems to know. Remember. That is the real danger we face. Hmm. Krass. So deep. So. Seid ihr noch wichtig? Nein, aber da geht's weiter zur nächsten Mission. Aber hier ist auf der anderen Seite noch ein bisschen was. Bip bip. Irgendwann muss ich mal diese ganzen E-Mails durchlesen. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so unwichtig. Ich glaube, da könnte einiges an Lore drinstehen. Was machst du hier? Was da drinsteht? Zack. Habt ihr bewusst, dass die Wutai-Wutai-Remenanten eine Anti-Shinra-Organisation zu formen? Die Wutai? Ja. Es wird sicherlich durch ihre specialen Operations-Force gespeichert. Die so-called Crescent-Unit. Seine Scout-Unit sind jetzt als Zivilisation. Und sind als Spi. Crescent-Unit. Oh, diese Leute. Es sind ein total von sechs confirmierte Spi. Sie sind irgendwo hier in Midgar. Wir folgen all die Leads, die in kommen. Aber wir haben noch nicht geschafft, sie zu holen. Ich helfe euch bei eurer Suche. Ist er etwa ein Wutai-Soldier? Ja. 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 Wir haben noch nicht mehr als Zivilisation. Das ist das, was ich hören, die Jungen sagen jeden Tag. Ich wollte ihnen nur etwas zeigen. Die Hoffnung von einem Defender von Midgar. Aber vielleicht ist es auch wichtig, die Realität zu akzeptieren und die Fälle zu tun. Sicherheit, Soldaten, was ist die Unterschiede? Wir beide wollen, um Midgar zu schützen. Wir haben das. Das ist das. Stopp mit deinem Blattern! Typische Soldaten Arroganz. Du musst mir nicht herausfinden, was von Beginn ist. Okay, okay, ich verstehe. Ich habe zu viel Zeit hier zu tun. Ich bin weg. Hey, du. Ich habe noch nie dein Name. Soldaten, First Class, Zack. Zack. Ich erinnere mich. Ob er noch mal wichtig wird? Hm. Schau dir was! Am anderen Tag, habe ich eine Ruhmung über den Chocobo-Prinz. Sein Name ist Joe. Und sein jet-black Chocobo ist Hyperion. Wahrscheinlich ist er in den Ruhmung ziemlich bekannt. Er hat seinen Namen geschrieben in dem Amateur-Chocobo-Ruhmung-Circuit. Ich bin sicher, dass er in ein paar Jahren wird. Er wird ein Weltklasse-Jockey sein. Ich sollte einen Autograf bekommen. In einem Publikum. Kann man in dem Spiel auch Chocobo-Rennen laufen? Das wäre nämlich cool. Wir, bei der Studiegruppe, haben wir die Interpretationen von Genesys von dem finalen Akt des Lieblings in ein Buch. Der Buch ist jetzt ein Bestseller, und die Royalteile sind in die Wasser. Ich bin sicher, dass Genesys auf uns schaut. Red Leather, auf der anderen Seite, hat sich in ihren Merchandise-Pusch und ist jetzt tief in die Red. Es ist so, wie es sollte sein. Jetzt wird es das Studiegruppe, das der echte offizielle Fanclub wird. Oh, es gibt neue Mail. Du hast eine Mail. Okay, haben wir alles? Sieht gut aus, glaube ich. Mein Fahrrad hier? Es kann 140 mAh hitzen. Es hat natürlich einen guten Motor. Aber das echte Geheimnis ist in diesen Fahrzeugen. Mein Fahrrad hier hat... Mein... Okay, er ist auf jeden Fall nicht der Verdächtige. Er ist der Verdächtige. N... 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 Wah ост. Das ist Zack. Ich habe einen Wu-Tai-Spy. Wah. Ich bin auf dich. Stopp da. Da ist keinemal zu gehen. Zack, gut. Der Wu-Tai-Spy wir haben, ist bereits unterbrochen. Wenn wir noch mehr Informationen auf die Remenanten bekommen, ich bin sicher, dass es eine Follower-Mission für uns geht. Hier ist die Informationen auf Spy Nummer 2. Dieser hat eine Shinra-Army-Uniform bekommen und hat das Shinra-Bilder infiltrat. Wir haben ihn all über Sektor 8 suchen. Aber es gibt keine Signale. Weil sein Cover hat geblieben, hat er sicher, dass er zurück in das Shinra-Bilder geht. Aber... Okay, also läuft hier jetzt irgendwo ein Dude in der Shinra-Uniform rum und den müssen wir suchen. Vielleicht ist er einfach derjenige. Das ist der beschäftigste Teil des Sekts-Level-Uniforms. Okay, hier scheint ja niemand zu sein. Da geht's zum Shinra-Gebäude. Das wollen wir ja auch nicht. Er ist das. Okay, er ist es doch nicht. Hmmm... Hmmmm... Whack. Vielleicht finde ich ihn doch nicht. Ich dachte, das wäre einfacher. Ich finde es soweit ganz cool. Es hat so ein paar Sachen, die mich halt nerven. Aber das liegt auch einfach eher daran, weil es das Spiel von 2006 ist. Oder 2007 oder wann das rauskam. So, ich habe das vorhin schon mal gesagt. Mich nerven halt diese Gespräche, wenn du irgendwen ansprichst. Kann ich das hier gerade machen? Halt gefühlt dauern diese Gespräche einfach ungefähr 50% länger, als sie müssten. Und es ist immer so... Weiß ich nicht. Das finde ich ein bisschen nervig irgendwie. Aber ich will sie halt auch nicht skippen. Das ist bisher der größte Kritikpunkt, den ich habe. Das ist so ein bisschen... Ein bisschen stresst von der Länge der Dialoge her. Welche aber halt auch einfach keine Infos beinhalten. Das ist das Schlimme daran. Wenn sie wenigstens interessant wären, das ist halt eine Sache. Aber sie reden halt so viel, aber sie sagen gleichzeitig einfach gar nichts. Das ist ein bisschen anstrengend. By the way, auch das hier sieht übelst hübsch aus. Einfach Final Fantasy VII Remake. Let's go. So... Sorry. I've been a little busy. Yeah, great. Can't reach Sephiroth, either. What's going on? Nothing. He's just cooped up in the data room, looking into stuff in the past or something. I see. Whoa! You're taking off? What did you come here for? Genesis and Hollander are in Modeoheim now. Oh. You're reporting. So you're still... working? Haha. I'm still a soldier member in spirit. I've informed Lizard. They'll pick you up. So, hier ist auch noch irgendwie stuff. Oh, good. You got your wallet back. Sorry, I couldn't help you before, mister. I'll tell you something to make it up to you. These days, there's a lot of scary monsters roaming around Midgar, I heard. A guy who came from Calm told me. He said he travels all over the world. Okay, cool. So, dann hatten wir... ...da vorne. Vor allem Dude einfach, der uns einfach 15 Potions geklaut hat. Okay, rat die Zahl. I heard what I can't give you... I'll let you... Okay, it's 100 Gilberts. Komm, einmal können wir es probieren. Heutiger Gewinn, ATK Boost. Okay. Ich sage 4 gewinnt. Shit. Was für'n Scam. Oder muss ich das gewinnen? Okay. Of this if the... You... Oh. Two and three and four. Today's number has gotta be one, but... Ich sage... Ich bleib bei 4. Schön, dass ich eben grad einfach 60 Gil für Tipps bezahlt habe. Ah! Das mach ich nochmal. Ich bleib bei 4. Ich gewinne das. Pass auf. Warte. Das hat nichts mit Mathe zu tun, Alter. Das ist einfach nur Raten. Okay, dann sind es 3. Oh, du Bitch. Das ist doch rigged, Alter. Der Shit ist doch rigged so. Bro, what the fuck? Okay, einmal probiere ich es noch. Okay, was nehmen wir? Ihr dürft jetzt... Ihr dürft jetzt wählen, damit ich nicht der Dumme bin die ganze Zeit. Wie viele Kinder? Was war das? 2, 3, 4, ne? Okay. Okay. Wählt jetzt mit euren Handys. Oder auf der Website, keine Ahnung. Irgendwo könnt ihr jetzt eine Umfrage machen und... mir bei der Wahl helfen. So, die 3 liegt mit 67% vorne, die 4 mit 25 und die 2 mit 8. Okay, die 3 hat gewonnen. Wir nehmen 3. 1, 2, es sind fucking 4! Jetzt sind es 4! Ihr dummen Huren-Söhne, Alter! Dieses Spiel verarscht mich doch! Holy shit, so! Fuck off, dude! Ah! 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 Damnit! Es gibt Materie-Mitt... Oh! 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 Okay, sind die denn... Okay, die sind... Die sieht man auf dem Boden, dann ist ja alles gut. Ey, das ist mega der Scam, so! Die muss ich auch noch so oft sagen, ich dachte, ich kann einfach rüberlaufen. Ich habe eine verpasst! Ah, ne, ich habe alle! Verdammt, ich habe das nicht gesehen! Warte, das kann ich noch... Das kann ich besser! Warte, doch! Ich sehe, du hast einen... Wow! So, anyway... Nice! Jetzt haben wir das Geld einigermaßen wieder drin, glaube ich. Uncle? What's wrong? No, he said that there's lots of monsters, so Uncle went with a bunch of people... And he hasn't come back? He is coming back! Uncle's a really nice person, I told him I wanted to work for him one day. If you keep believing, he'll... Yeah. Okay, so, noch mehr Missions? Warte mal, warte mal! Warte mal, ist das hier nicht das Ding, wo normalerweise der eine Scheinwerfer in der Luft hängen würde? Der war doch da vorne irgendwo, oder? Oder hängt er da, wo jetzt der andere Scheinwerfer tatsächlich hängt? Wack! Zack, ich brauche dich in Modeoheim. Ich weiß. Just give me a minute. Aerith ist nicht da. Hm. Problem? Und wie ist es, du kennst, Aerith? Es ist kompliziert. Ich weiß nicht. Hat sie dir etwas gesagt? Nein, es ist nichts. Dann, ich werde nicht. Also, ich werde nicht. Whatever Uh, Feder Well, that's a fine how-do-you-do Song! Hey, guys! No signal out here Well, at least we're all in one piece We'll be alright Thankfully, we have someone used to this kind of terrain Yeah, yeah, I'm a country boy Alright then We would have reached Modeoheim by now if we hadn't crashed So, we're going to need to make up for lost time Alright, follow me then Hey, ich bin verwirrt Ich weiß nicht, wie weit ich dieses Spiel gespielt habe Weil so weit habe ich es, glaube ich, nicht gespielt Oder doch? Ich bin mir nicht mehr sicher so Sehr strange Und Dachte ich mir Oh, sick! Oh, yeah! Das ist eine coole Attacke Damit kann ich leben Das finde ich nice Konflicto Resolvto Was sagt ihr denn nicht auf Japanisch? Herr hat's gesagt! Das war so lustig. Er hat sich so lustig gemacht. Er hat sich so lustig gemacht. Er hat sich so ein Backwater-Name. Ditto Nibelheim. Ich habe nicht. Aber da ist ein Reaktor da, oder? Ein Mako Reaktor da draußen. Midgar, das eigentlich bedeutet. Nichts mehr da draußen. Hahaha. Good news, Tsung. Me and... Cloud. Me and Cloud here are both Backwater-Experts. Oh yeah! Good. Carry on then. Wunderschön. Wunderschön. It finally happened. It's our guy, so. No doubt. Come and watch the �ber, so. No doubt. And in Maybe ... Mac intorsum. Call the X-Men, in case, it happens. Was made sure. damals is the main deal. First of all. Du hast einfach Me-Gongaga verpasst. Ups, das wollte ich nicht. Was? Er zaubert einfach zwei auf einmal? Mega cool. Na bitte. Oh yeah. Ey, ich höre jetzt Cloud zum ersten Mal auf Englisch so. Ich habe das Spiel bisher nur auf Deutsch gespielt die ganze Zeit. Ne, gar nicht. Ich habe ja Remakes so ein bisschen auf Englisch gespielt. Ich habe gelogen. Guess I'll wait. Hey, uh, Zack? Hm? Um, so, Soldier. Was ist es? Huh? Ich bin nicht die Frage. Oh, das ist eine Frage. Na ja, du hast dich, wenn du mitgegenst. Wenn ich mitgegenst. Kein Wörter. Wenn ich mitgegenst, dann kannst du es. Klaut, schau! Klaut, schau! It's Genesis. That's a Mako excavation test site. Okay, I'll check it out. Our main mission here is reconnaissance. Engaging Genesis was not expected. Not expected, so just let them be? Unreal. In any case, we need more intel. It's possible that a larger force is hiding inside the building. How's this then? I go first, avoiding combat if possible, and sneak inside. Then, I take a look around. If I can take them, I will. If not, I'll bolt. Come on, man. I'll prove that Soldier isn't just a bunch of mindless thugs. All right. The entrance is behind that warehouse. Make your way in from there. Gotcha! I'm sure you know, but it'll be cold. Mind your body temperature. If you stop moving, your body temp will go down. To get it back up, just do your usual thing. Oh, that! Good idea! The soldier is just amazing. We'll be standing by here. Don't take too long. You have to always be careful of the cold. Pass auf, Zack. Es ist kalt, sagen sie ihm, während er mit feinen Armen einfach durch die Gegend rennt, so. Wer braucht schon fucking Jacken? Dude, who cares, so. The end! Later! The complete result! Got him! Ich glaube, in meinem Gehirn regt sich was. Mein Gehirn ist so, hm. Ich glaube, was jetzt kommt, könnte es tatsächlich auch der Punkt sein, wo ich damals auf der PSP aufgehört habe zu spielen. Ich dachte, ich könnte mein Schwert schwingen, aber es hat leider nicht funktioniert. Okay, Taktik überprüfen und eindringen. Okay. Los Ne cidade masters. Yes, Ihr dürft ihr schon wieder zack. . Okay. Man macht tatsächlich Kniebeugen unterwegs. Ist 36,5 das Höchste? Müsste es normalerweise nicht bis 37 gehen oder so? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, wenn ich ehrlich sein soll. Ich verstehe das nicht. Aktivieren den Kombat-Mode. Was ist ein Verlust. und Trophäe weg. Sad. Das Glück habe ich einen Speicherstand. Oh, okay. Ah, okay. Ich habe Stuff bekommen. Das ändert die Sache natürlich. Es müsste das hier sein, ne? Ja, wir kriegen das schon hin. So schwierig kann das nicht sein. Es ist vielleicht ein bisschen Janko und vielleicht so ein bisschen Broko, aber es ist nicht impossible. Keine Ahnung. Ich muss ja schon da hinten rum, oder? Das ist irgendwie meine Aufgabe. Oh, fuck off, dude. Einen Shit hast du mich gesehen. Warte. Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich jetzt erst den Kampf mache und dann neu lade und bla und überhaupt. Ich weiß halt nicht, wo ich lang muss. Das ist ja das Problem. Ich muss ja scheinbar erst mal nach links, um da die Truhe zu holen. Dann ist da vorne die Truhe. Was ist denn Taktik überprüfen? Okay, das ist einfach nur der Shit hier. Aber ich komme halt hier nicht rum, weil da einfach 17 Dudes auf einmal rumstehen. Ach, furchtbar. Das war der falsche Knopf. Ich wünsche, es wäre so ein bisschen Assassin's Creed mäßig, dass ich die Dudes auch ausschalten könnte. Zumindest eine Person, die an mich glaubt. Wie kann ich mich wieder gesehen haben? Nobody saw me. Ich bin einfach fucking invisible so. Ich bin so weiß wie der Schnee. Ich bin so unsichtbar wie die Landschaft. Irgendwer händige mir ein Bandana, Alter, damit ich das ohne Probleme hinkriege. Ach, deswegen hat er mich gesehen. Der... Der coole Dude da. Das macht Sinn. Nicht, dass ich es mag. Aber, du weißt. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt kommt er hier runter. Jetzt muss ich warten, bis er dann da rumsteht, damit ich wieder nach vorne kann. Oh, hier ist keiner. Let's go. Okay. So. Yes! Nice! Holy shit! Warum hängt er an dieser fucking Ecke, Alter? Mein Herz! Uff! Junge! Holy shit! Activating Combat Mode. Bring it on! Nicht so... Nicht so nice. Trompete für mich. Vielen Dank. Oh, hau raus. Finde ich cool. Nämlich. Junge, die Summons sehen so gut aus. Nice. Yo! Nice. Zeit für mehr Konflikte. Autsch, verdammt. Das ist ein bisschen anstrengend. Komm schon, spring! Fuck off, Tute, ey. Ich bin die falsche Seite runtergelaufen, ne? Oder, warte, oder? Nee, oder? Doch. Nein, es ist Genesis. Und er ist hier, um ein Herr zu eaten. Konflikto resolvedo. Hey, Max, was geht ab? Oof, nice. Nice, nice, nice. Activating combat mode. Oh, yeah. FP sind Fähigkeitspunkte? Schätze ich einfach mal? Okay. Activating combat mode. Pack! So, einfach der Magic-Battle und ich ging siegreich hervor, so wie es sich gehört. Was ist das Sinn dieses Mal? Du brauchst mich, Genesis. Remember that. If you get rid of me, who's going to stop the degradation? The Genova Cells. Stop! Cloud, good work! But, nobody knows where the Genova Cells are being kept. Not even Hojo knows. You'll never find it. Then I shall willingly accept my fate. But, I'll take the world with me. Cloud, go! Cloud, go! Cloud, go! No, no! W-hah! Hre! Hugh! Bah! Ich glaube, so weit habe ich das gespielt und dann habe ich aufgehört, weil ich diesen Kampf nicht geschafft habe. Ich bin nicht so weit, ich bin nicht so weit, aber ich bin nicht so weit. Das war's für heute. Ich frage mich, ob ich irgendwas habe, womit ich seine Dingsy Star dingsen kann. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt noch von ihm wegrennen kann, essentiell, was er ja irgendwie super doof ist. Ich frage mich. Oh, fuck. Zumindest das. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Oh, sick. Das möchte ich ausnutzen. Hau raus, Junge. Hier habe ich das letzte Mal aufgehört zu spielen. Bei diesem Kampf war das. Das weiß ich jetzt wieder. Holy shit. Das habe ich damals nicht geschafft, man. Insane. Ab jetzt ist das Spiel für mich neu. Okay. Such is the fate of a monster. We're not monsters, you hear me? We're soldier. Where's your honor? Even if the morrow is barren of promises, nothing shall forestall my return. If this world seeks my destruction, It goes with me. Genesis. Oh, okay. Okay. Oh, okay. Okay. Kapier ich nicht. Bis zum nächsten Mal.